Schönen guten Tag an die Leser des Deutschlandkurier. Ja, es ist relativ unstrittig mittlerweile. Die Pandemie ist vorbei. Das sagen selbst so Leute wie Drosten, die vorher noch ganz vorne mit dabei war bei den Zeugen Coronas. Und es ist relativ unstrittig, dass das meiste davon einfach übertrieben war. Man hört so ganz leise sowas ähnliches wie Entschuldigungen. Der ein oder andere deutsche Journalist wagt sich aus der Deckung und traut sich, einen kritischen Artikel zu schreiben. Dafür ist man bis vor kurzem noch gefeuert worden. Vor kurzem hat eine Journalistin in Thüringen vor Gericht gewonnen. Die wurde nämlich wegen eines Artikels entlassen oder wegen zweier Artikel, die Verständnis für die Demonstranten in der Corona-Zeit gezeigt haben. Heutzutage jeder Journalist oder viele Journalisten haben irgendwie Verständnis oder Sympathie für diese Klima-Klima-Kriminellen da. Aber in der Corona-Zeit, wenn man da Verständnis geäußert hat für die Demonstranten, die Recht hatten, wie wir ja jetzt wohl alle wissen, dann konnte das einen den Job kosten. Und selbst da hören wir also, auch der deutsche Journalismus traut sich jetzt, das zu kritisieren. Und das zeigt uns, so langsam hat man es wirklich kapiert, die Corona-Demonstrationen in China werden gelobt und so weiter. In Bayern sollen Bußgelder zurückgezahlt werden aus der Corona-Zeit. Erinnern wir uns mal an diese irre Zeit. Es war verboten, auf einer Parkbank zu sitzen. Polizisten haben Leute beim Rodeln gejagt und so weiter. Von diesen ganzen brutalen Vorfällen, auch wie man da mit Demonstranten umgegangen ist, mit Wasserwerfern und so weiter, mal ganz abgesehen. Und diesen Irrsinn, das bleibt doch, hat ein großer Teil der Gesellschaft mitgemacht. In Deutschland. Ich meine, seit Jahren sind wir ja umgeben von altklugen Mahnern, die immer, wenn man irgendwie eine scharfe Migrationspolitik fordert, oder sowas wie Nationalstolz, auch mal für Deutsche einen gesunden Patriotismus, die dann immer mahnen an die dunkle Zeit der deutschen Geschichte. Ja, wir haben zwei Diktaturen hinter uns. Und gerade die, die da immer mahnen, sind jetzt wieder die Ersten gewesen, die, auch wenn es qualitativ natürlich überhaupt nicht vergleichbar gewesen ist mit unseren Diktaturen, aber die bei so einer Dynamik wieder mitgemacht haben. Regierung, Wissenschaft, ja, das, was man so als Wissenschaft dann hingestellt hat, geben was vor. Die Gesellschaft gibt scheinbar was vor. Es gibt eine veröffentlichte Meinung und die Leute reihen sich ein und machen mit. Und ich habe es ja durchgeführt. Ich habe ja mit den Menschen diskutiert, die konnten das ja nicht erklären. Warum die, also die Zusammenhänge haben die ja nicht verstanden, warum die jetzt eigentlich glauben, was sie glauben. Im Grunde war das so, naja, da hat dieser oder jener Promi, hat was dazu gesagt, dieser oder jener Politiker, die Medien waren sich sowieso alle einig, dass alle, die bei diesem Corona-Regime nicht mitmachen, Wahnsinnige sind und Rechtsextremisten. Und dann hat das schon gereicht. Das ist doch die Lehre aus dieser Corona-Zeit. Als Gesellschaft haben wir überhaupt nichts gelernt aus der deutschen Vergangenheit. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn in zwei Jahren wieder jemand um die Ecke kommt, wieder irgendwie die Medien mitspielen und die nächste Sau durchs Dorf treiben, dann macht wieder die Masse da mit und ist einfach nicht kritisch genug. Das ist ein trauriges Zeugnis für unsere Gesellschaft. Jeder, der kritisch war und sich einen freien Geist bewahrt hat, der kann jetzt stolz auf sich sein. Ich hoffe natürlich, dass dieser Kreis an Personen stärker wird. Und allen, die das jetzt hier sehen und da mitgemacht haben, bei diesem Corona-Quatsch und das geglaubt haben, nur weil das das ZDF oder das ARD gesagt hat, dass die sich jetzt vielleicht mal Gedanken machen, ob das, was diese Medien oder die entsprechenden Politiker erzählen über Menschen, die eine strengere Migrationspolitik möchten, über die AfD, über Menschen, die mit dieser Energiepolitik nicht einverstanden sind und so weiter, das sind ja auch immer alles Nazis und so weiter, dass die das vielleicht mal hinterfragen und sich vornehmen, das in Zukunft besser zu machen und ein bisschen kritischer zu sein. Jeder hat auch eine Verantwortung für sich selbst und muss selbst prüfen, was ihm da gesagt wird. Nur weil eine Sache in den Medien kommt oder jeder Politiker, das sagt, muss es noch nicht stimmen. Und dann diese Frechheit auch von Jens Spahn, wir müssen einander viel verzeihen. Ja, also Jens Spahn ist vielleicht darauf angewiesen, dass man ihm verzeiht oder auch nicht. Oder Lauterbach oder ähnliche Leute. Aber wir müssen einander viel verzeihen. Was müssen wir denn den Kindern verzeihen, bitteschön, die mit Maske in der Schule saßen, zwei Jahre lang und gefroren haben? Gar nichts den Menschen, die vereinsamt sind. Was müssen wir denen denn verzeihen? Nein, die Politik, die das gemacht hat, die Medien, die das unterstützt haben, die haben, um Verzeihen zu bitten. Und ob wir denen das gewähren, das ist noch mal eine ganz andere Frage. Und wir sehen auch hier wieder diese vierte Gewalt im Staat, die Medien, dass die ihre Aufgabe überhaupt nicht erfüllen. Kritisch nachfragen kann man vergessen. Das sind Ideologen, die sich als eigenständiger politischer Akteur verstehen. Also Fazit in Zukunft, kritischer sein, sich eine eigene Meinung bilden. Das ist ganz wichtig. Das hat diese Corona-Pandemie noch mal gezeigt. Ein trauriges Zeugnis, das unserer Gesellschaft ausgestellt war. In Zukunft müssen wir da kritischer sein und müssen selber denken. Das ist auch ein Trauriges Zeugnis. Das ist ein Trauriges Zeugnis. Das ist ein Trauriges Zeugnis.